Wie geht's los jetzt? Servus, ich bin der Jan Kisselmann. Ich freue mich, dass wir hier sind, heute wieder nach 25 Jahren. 29, 29, Entschuldigung. Ich bin so alt, dass ich dachte, wer weiß, wie lang es hier ist. Wir sind hier vor 29 Jahren von diesem wunderbaren Berg runtergefahren und haben uns heute gedacht, dass so schönes Wetter ist, fahren wir wieder diesen Berg runter. Nein, so ist es nicht ganz. Wir haben einfach gedacht, wir können jetzt mal wieder um Lachenbachs, der fast sehr schnell das Ganze hier in den Wege geleitet hat. Der hat Riesenkosten und Mühen auf sich genommen, um uns alle wieder zusammenzubringen hier nach 29 Jahren. Und war ein mega geiler Event. Wetter, Wahnsinn, Leute, Wahnsinn. Ich hoffe, wir haben ganz viele Leute, sag ich mal, angesteckt vom Snakeboard Spirit, den wir damals in der 90er hatten. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns gleich nächstes Jahr hier wiedersehen oder ganz viele Leute wieder Snakeboarden anfangen, was eine super Sache ist. Perfekt. Als ich noch etwas mache. Willkommen. Willkommen. Untertitelung des ZDF, 2020